Servus Leute und willkommen zurück bei einem weiteren Shisha Review bei der Shisha WG. Heute testen wir die neue Stimulation Pro X. Die Pfeiffer hat definitiv in sich, viele, viele Feature mit dabei und ein sehr, sehr nices Design. Mehr davon erfahrt ihr im Review. Ja Leute, da bin ich wieder mit dem Review zu der Stimulation Pro X. Eines der wahrscheinlich herausforderndsten Reviews, die es jemals gab auf diesem Channel, denn diese Pfeife ist definitiv eine der technisch ausgereiftesten Shishas, die es im Moment auf dem Markt gibt. Deswegen müssen wir nicht nur über unsere normalen Punkte reden, wie zum Beispiel Verarbeitung, Optik, Rauchverhalten und dann später auch das Fazit, sondern über eine ganz neue Kategorie, die zwar auch bei anderen Pfeifen schon zum Punkt kam, aber nie so intensiv, wie das jetzt bei der Pro X eben gefordert wird. Denn es geht um die Features. Diese Pfeife hat nämlich einige davon oder besser gesagt alle davon. Es gibt nichts, was diese Pfeife nicht hat, meiner Meinung nach. Aber das sollte man wahrscheinlich bei einem Preispunkt von 370 Euro auch erwarten können. Ich würde sagen, wir gehen das Ganze durch, gefolgt von unseren normalen Kategorien, die ich ja eben schon genannt habe, und schauen uns dann mal an, ob diese Pfeife auch wirklich 370 Euro wert ist. Das ist schon eine ganze Menge Geld. Bei den Features könnte es aber gut sein, dass ich am Ende draufkomme, dass sie es wert ist. Ob das so ist, erfahren wir dann aber am Ende vom Review. Jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, Marvin, okay, du redest die ganze Zeit hier von irgendwelchen Features. Welche Feature hat denn die Pfeife alles? Leute, ich musste eben nochmal die Namen nachgucken. Kann sein, dass ich wieder ein paar Namen davon vergesse, die ihr seht, aber alles wunderschön erklärt auf der Simulation-Website. Da muss man einfach mal sagen, die Website ist wahrscheinlich die schönste und beste Shisha-Website, die es gibt, übrigens zwischendrin, weil ich schon wieder mit Loben anfange und ich garantiert weiß, dass einige von euch schon wieder unten in die Kommentare hatten, nee, da ist ja alles nur bezahlt. Ist es nicht. Kein Geld. Meine eigene Meinung. Wie immer, Leute. Die Pfeife wurde mir gestellt. Das auf jeden Fall. Ich musste keine 370 Euro dafür ausgeben, aber so kann ich sie für euch testen. Behalte das im Hinterkopf, wenn es dann an Preis-Leistung geht und meine Einschätzung, ob sie das wert ist, weil ich musste die 370 Euro dafür nicht bezahlen. Aber, ihr wisst das, ich bleibe trotzdem objektiv. So, wir fangen aber mal an mit den ganzen Featuren, die die Farbe hat, beziehungsweise erstmal noch mit ein paar Eckdaten. Das ist eine relativ große Pfeife oder eine normal große Pfeife, würde ich sagen. Sie hat ungefähr, würde ich schätzen, bis zum Kopfadapter 55, 53 cm, sowas in dem Dreh, relativ vergleichbar, zum Beispiel mit einer E.ON oder anderen normal großen Pfeifen. Das ist keine kleine, keine kompakte, eine ganz normale Pfeife eben. 370 Euro, wie gesagt, kostet sie, sie kommt nackt. Ich sage zu euch, das heißt, ihr habt keinen Schlauch und kein Mundstück dabei. Das Einzige, was noch dabei ist, ist ein einzelner 18.8er Schliffanschluss. Das sage ich euch aber gleich nochmal im Aufbau. Und ich würde sagen, da gehen wir sogar hin, bevor wir uns um die Feature kümmern, beziehungsweise seht ihr davon, nämlich schon einiges im Aufbau erklärt, was ihr dann an Featuren drinne habt. Und dann gibt es nach dem Aufbau nochmal die Wiederholung, was denn alles dabei ist, was es alles kann. Deswegen, wir springen als erstes mal in den Aufbau. So Leute, Aufbau Stimulation Pro X. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich euch sage, dass dies der wohl aufwendigste Aufbau wird, den wir jemals bei einem Shisha Review hatten. Es gibt äußerst viele Teile. Es gibt äußerst viel, was zusammenzubauen, zusammenzuschrauben, zu vermagnetisieren und Co. ist. Wir labern nicht viel länger rum. Wir fangen einfach an. Ein Feature der Stimulation ist das Einstellen vom Durchzug. Dafür gibt es hier einmal dieses kleine Plättchen, das dann hier in die Öffnung vom Schlauchanschluss reingelegt wird. Das Ganze ist meiner Meinung nach auch magnetisch. Es hält zumindest ziemlich geil da drin. Also entweder ist es einfach nur perfekt passend da drin oder es ist magnetisch. Die Schlauchanschlussstücke sind dann nur noch reingesteckt und haben auf der Unterseite eben diese zwei Öffnungen hier, die dann eben zusammen mit diesem Plättchen dafür sorgen, dass das entweder durchzugsoptimierend oder durchzugsverbergend ist. Ihr seht das, wenn wir einmal hier reingucken, falls ich euch das zeigen kann. Man sieht es leicht dunkel, aber unten seht ihr es. Das ist entweder zu oder offen. Die werden dann wie gesagt nur noch ordentlich reingesteckt und dann ist das Ganze wieder daran angeschlossen und man kann das Ganze hier einstellen. Dann muss man nur das Plättchen unten drinnen natürlich richtig mit dem hier alignen. Dann müsst ihr darauf achten, das ist nicht einfach immer passend. Ihr müsst bei diesem Plättchen, das hier unten drunter liegt, wirklich darauf achten, dass das erstmal richtig drinnen liegt und das da erstmal richtig drehen. Jetzt passt das. Und wenn ich jetzt den Schlauchanschluss so da drauf mache, dann seht ihr auch, jetzt ist das Ganze offen. Man sieht es leider nicht so gut. Wir machen aber mal weiter. Die Unterseite von der Base ist auch ein absolutes Meisterwerk, zumindest wenn der Fokus einmal Bock hätte mitzumachen. Ah, da. Jetzt seht ihr es, ne? Also die Unterseite ist schon mal krass. Jetzt sehen wir da sehr, sehr viele Löcher. Wir sehen die großen Löcher, das sind diese hier. In die kommen die Kugeln rein und dann gibt es hier noch die kleinen Löcher und ihr seht hier auch diese ganz leichte Vertiefung. Hier kommen die Pistons rein. Das sind diese Dinger hier. Diese kleinen Teile, die kommen in die kleineren Löcher rein und zwar so rum, dass sich die eben dann heben können beim Entlüften und in die anderen kommt eine Kugel rein. Das Ganze müssen wir jetzt einmal natürlich für alle von diesen Dingern machen. Ins kleine der Pisten, ins große Loch kommt die Kugel. Da haut mir schon eine Kugel ab. So, das sorgt eben dafür, dieses System, dass sie eben trotz allen Anschlussstücken dann immer noch entlüften könnt. Das Ganze wird gehalten von dieser Platte hier. Es wäre aber nicht Stimulation, wenn man das einfach nur drauf machen würde. Man hakt das hier ein und kann das dann rüber swiveln. Aber, ihr seht es vielleicht, es wird dort festgehalten von einem kleinen Magneten. Und allein dieses Gefühl, wenn dieser Magnet zugeht, ist das Gelb wert, ist die 370 Euro wert. Das ist so ein geiles Gefühl, diese Wertigkeit hier, dieses TAK. Unglaublich geil. Aber Leute, das ist noch nicht alles. Jetzt haben wir unten das System wieder zusammengebaut. Wenn ich das Ganze jetzt umdrehe, seht ihr auch, dass die Kugeln wieder hin und her fliegen. Beziehungsweise, ihr seht das jetzt nicht, aber ihr hört es. Ich kann es euch gerade nicht von unten zeigen. Wir machen weiter. Oben kommt die Rauchsäule drauf. Die Rauchsäule hat hier diesen unglaublich schönen Pro-X-Schriftzug mit drin, den ich einfach nur super, super schön finde. Das Ganze dann hier oben drauf geschraubt. Funktioniert unglaublich gut. Also es sind mit die schönsten Gewinde, die ich dieses Jahr in der neuen Pfeife gesehen habe, die laufen 1A. Also allein wenn ich hier dran drehe, ihr seht das, das läuft so krass gut. Also ab nochmal. Die Gewinde absolut on point. Kohleteller, der oben drauf kommt, hat hier unten auch noch einen kleinen Dichtungsring drin. Ansonsten ist es ein ganz simpler, plain Kohleteller. Aber trotzdem ist es egal. Und noch mit diesem Dichtungsring. Man legt das Ganze auf, er rutscht ein Stück rein und dann kann man aber nochmal so ein kleines Stück pushen. Und dann weißt du auch, okay, das ist jetzt dicht. Ich mache den aber nochmal kurz ab, damit das Ganze hier für mich ein bisschen einfacher bleibt. Wir gucken uns nämlich noch das Tauchrohr an, das hier, wie ihr seht, in drei Teilen kommt. Ihr habt einmal oben das Stück, das man einfach in die Base reinschrauben kann und auch hier einfach wieder hervorragende Gewinde. Dann gibt es das nächste Stück und zwar ist das das ausziehbare Tauchrohr. Das heißt, ihr könnt entweder das hier auf die erste Stufe reinstecken. So, so ist die oberste Stufe. Genau, danach kommt nichts mehr. So, da rutsche ich immer drüber. So ist die oberste Stufe. Das heißt, ihr könnt das Tauchrohr auch relativ lange lassen oder ihr könnt es komplett zumachen und dann habt ihr eben ein ganz kurzes Tauchrohr und unten kam noch der sehr, sehr schön wertige und riesige Diffusor dran. Bis jetzt ist mir kein Tabak drinne hängen geblieben. Ich glaube, die Löcher sind auch groß genug, sodass das nicht passiert. Den kann man dann hier unten noch draufstecken. Dann, wie gewohnt, Leute, bei Stimulation, ihr habt hier oben das 360 Grad Steam Click System. Ich hole gerade mal die Kamera ein Stück hoch. So, dann kann ich euch das Ganze zeigen. Man kann die Pfeife jetzt hier draufsetzen. So, rastet jetzt allerdings noch nicht ein und wenn ich jetzt hier ziehe, kann ich runter, kann loslassen. Vorteil davon ist, ihr könnt die Base auch drehen, während die Bowl stehen bleibt. Wenn ihr jetzt merkt, mein Schlauch knickt ab, ich muss noch ein Stück rüber, könnt ihr einfach drehen, fertig. So, Kohleteller drauf, Schlauchanschlüsse sind 18 Achter. Ihr kriegt einen 18 Achter Schliffanschluss mit dabei. Das ist ein bisschen schade. Ich würde mir wünschen, dass da vier dabei sind. Immerhin ist die Pfeife ja auch dafür gemacht, dass angenehm vier Leute damit rauchen können. Und bei dem Preis wäre das einfach schön. Aber mein Gott, es ist ein 18 Achter Schliff. Davon haben die meisten Leute ein paar daheim. Vor allem, wenn sie sich dann irgendwann so eine 370 Euro Pfeife holen. Und von daher ist das dann wohl okay. Und der passt auch perfekt. Ja, soviel zum Aufbau. Wir sehen uns im Review wieder. Ja, Leute, ihr habt es gesehen. Wahrscheinlich der aufwendigste Aufbau, den es jemals gab bei einer Pfeife. Sie hat halt krass viele Feature. Das muss alles erwähnt werden. Das muss alles gezeigt werden. Ansonsten wäre das Review einfach nicht komplett. Wir gehen die Feature jetzt noch einmal durch, von unten nach oben, würde ich sagen. Fangen wir erst mal an mit was relativ Normalem, was man schon gewohnt ist. Ihr habt einen Diffusor, der auf- und absteckbar ist. Den man also eben benutzen oder nicht benutzen kann. Je nachdem, wie man das eben möchte. Vom Diffusor her, die Leistung finde ich okay. Bis jetzt ist er noch nicht verstopft. Ich finde es gut, dass man ihn abmachen kann oder drauflassen kann. Passt auf jeden Fall alles. Geräusch, ich ziehe mal dran. Mal gucken, wie ihr das hier mit dem Mikro hören könnt. Ja, also man hört auf jeden Fall noch was. Aber es ist jetzt nicht unangenehm laut oder nicht unglaublich leise. Es ist einfach ein sehr, sehr angenehmes. Es hört sich auch wertig an. So dumm wie das jetzt klingt, aber es ist so. Es hört sich wertig an, das Blubbergeräusch. Also Diffusor, super. Kann man nichts sagen. Ist ein Diffusor. Funktioniert. Sieht gut aus. Passt also. Das nächste, worüber wir reden müssen, ist der verstellbare, beziehungsweise das verstellbare Tauchrohr, beziehungsweise Dip Tube, wie es Stimulation nennt. Man kann das Tauchrohr in mehreren Schritten, stufenlos eigentlich fast. Ihr habt zwar kleine Rillen, die das einhaken lassen, aber man kann es auch dazwischen drinnen einfach stehen lassen, wenn man das möchte. Kann man eben einstellen, wie lange euer Tauchrohr ist. Ich habe es mal auf ganz kurz geraucht, ich habe es mal auf ganz lang geraucht, ich habe es mal in der Mitte geraucht. Meiner Meinung nach spürt man nur eine minimale Veränderung beim Anzug. Ich finde, die Pfeife hat auch jetzt, ich bin zum Beispiel gerade auf maximaler Länge vom Tauchrohr, immer noch einen super Anzug. Also man könnte sagen, ein kurzes Tauchrohr hat tendenziell einen besseren Anzug, aber ich finde die paar Zentimeter, die man da spart, ich brauche es nicht unbedingt. Vielleicht gibt es aber Leute da draußen, die sagen, brauche ich unbedingt. Megageiles Feature, will die Pfeife deshalb haben. Deswegen kann man auch sagen, vielleicht braucht man nicht alle Feature, die hier drinnen sind, aber vielleicht gibt es Leute, die das wollen und da kann man sagen, die Simulation hat eigentlich wirklich alles, was man da eben auf der Feature-List nur haben kann. Aber Adjustable Dip Tube, für mich jetzt nicht ein Killer-Feature, aber ist nice to have, ist auf jeden Fall dabei. Ich spüre nur eine minimale Veränderung. Vielleicht geht das anderen Leuten da aber eben anders. Ein relativ normales Feature bei einer Simulation, was man aber trotzdem nochmal erwähnen muss, ist das 360-Grad-Klick-System. Das heißt, ihr zieht hier diesen Ring runter und könnt dann die Pfeife nach oben abheben. Sorgt einfach dafür, dass ihr sie schnell verschließen und öffnen könnt. Ihr könnt also ganz leicht dann eben eure Base mit der Rauchsäule und dem Rest, also den ganzen Stem eben abnehmen. Funktioniert gut. Was ich damals bemängelt habe, war dadurch, dass hier natürlich ein klein bisschen Spiel sein muss, dass man hier eben die Base dann auch noch drehen kann. Deswegen Steam-Klick 360 muss eben ein bisschen Spiel sein und dann hat die Rauchsäule immer gewackelt. Das wurde meiner Meinung nach nochmal verbessert. Der Spielraum, der da ist, ist jetzt wirklich minimal klein. Also bei der Prime war ich ja noch nicht so ganz Fan von, aber bei der Pro X kann ich jetzt sagen, haben sie nochmal verbessert, ist nochmal enger geworden, was hier an Spielraum ist. Und von daher auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und jetzt stört es mich auf jeden Fall nicht mehr. Ihr seht das, wenn ich hier hart dran wackele, dann kann ich das ein bisschen bewegen. Aber beim Rauchen oder so, wenn die Pfeife auf dem Tisch steht, fällt das nie auf. Also die hat jetzt nie gewackelt beim Ziehen oder sowas. Ja, das passiert auf jeden Fall nicht. Das ist auf jeden Fall nice to have. Und ich finde auch einfach wieder die Wertigkeit, wo wir gleich bei der Verarbeitung nochmal drauf kommen, ist auch hier bei dem Steam-Klick-System einfach so geil. Ja, wenn man es hier runterzieht und loslässt, das fühlt sich einfach so gut an. Und bitte keine sexuellen Kommentare jetzt unten in die Kommentare reinballern, nur weil ich hier ein paar Mal auf und zu mache. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Funktioniert hervorragend und dass man das gerade mal ein bisschen drehen kann. Hat mir zum Beispiel eben beim Review schon geholfen. Ich wollte nämlich, dass ihr das Logo von der Bowl vorne seht. Und dann konnte ich eben einfach hier ein bisschen rumdrehen, sodass ihr auch noch vorne hier das Pro X sehen könnt. Und ich nehme dann einfach hinten den Schlauchanschluss und kann das dann eben hier so ein bisschen zurecht drehen, sodass ihr das alles so seht, wie ich das will. Oder man selbst würde das dann auch so sehen, wenn man vor der Pfeife sitzt und kann sich eben den Rest hier ein bisschen zusammendrehen. Das nächste Feature, wenn wir weiter nach oben an der Rauchsäule entlang gehen, sind die Schlauchanschlüsse. Ihr habt es ja gesehen, die sind einfach nur reingesteckt. Bei gesteckten Schlauchanschlüssen hatte ich am Anfang ein kleines bisschen Angst. Kann aber sagen, die sitzen bombenfest, also die haben absolut kein Spiel. Die wackeln nicht hin und her. Die einzige Bewegung, die dadurch geschaffen wird, ist eben die Drehbewegung zum Einstellen vom Durchzug. Da habe ich tatsächlich jetzt den Fachbegriff vergessen, wie es heißt. Simulation hat sich auch da einen sehr, sehr gut klingenden Fachbegriff ausgedacht. Man kann eben die Schlauchanschlüsse drehen und hat innen drin diese zwei Löcher, wo man entweder die Platte übereinlegen kann oder eben nicht. Und je nachdem wird der Durchzug besser oder schlechter, sodass verschiedene Leute an derselben Pfeife verschiedenen Durchzug haben können. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt mit zwei Leuten an der Pfeife raucht, der eine ist voll der Durchzug-Fanatiker, der macht sich das eben komplett auf, der andere hat nicht so Bock auf kranken Durchzug, sondern will ein bisschen ziehen, dann kann er das eben ein kleines bisschen zudrehen. Und so können mehrere Leute an derselben Pfeife mit ihrem präferierten Durchzug eben rauchen. Leute, ich muss zwischendrin mal einen Zug nehmen. Geraucht wird übrigens, wie sollte das alles sein? Der Holzer-Traube-Minze in der Harmony Bowl von Huka, John & Somo mit dem Kalout 1 plus Nieris obendrauf. Der Nieris ist der matt-schwarze, passt natürlich perfekt zu der Bowl, die ich habe. Übrigens, die Bowl gibt es in vier verschiedenen Farben, kosten aber alle 370 Euro. Es gibt schwarz, es gibt weiß, wobei weiß ist eher nur so ein ganz leichtes Milchglas, nicht wie bei der Prime früher, so ein komplettes weiß. Da gibt es einmal Clear und einmal Clear mit so einem goldenen Streifen noch drumherum. Sehen alle nice aus. Ich wollte unbedingt matt-schwarz haben. Ich hatte die Wahl, ich habe matt-schwarz genommen. Ich habe auf Insta jetzt auch schon viel über die Weiße und so gesehen. Sieht auch super nice aus, aber für mich war matt-schwarz. Leute, ihr wisst es, wenn es was in matt-schwarz gibt, dann will ich das in matt-schwarz haben. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden und ich finde die Optik wirklich sehr, sehr geil. Aber auch zur Optik kommen wir dann eigentlich noch mal gesondert. Deswegen will ich jetzt nicht zu viel vorne wegnehmen. Die einstellbaren Schlauchanschlüsse. Wie gesagt, ist wieder so ein Feature. Manche wollen es, manche brauchen es vielleicht nicht unbedingt, aber es ist eben dabei. Und das ist halt auch schon mega nice. Das nächste System, das in der Stimulation Pro X steckt, über das wir reden müssen, ist ein Purge Pro. So nennt es Stimulation. Das Purge Pro System bedeutet, ihr habt es eben im Aufbau gesehen, die Base hat unten acht Löcher. In vier Löcher kommen die Kugeln und in vier Löcher kommen sogenannte Pistons. Die Pistons sind unten leicht angeschrägt. Das heißt, wenn ich jetzt puste, wird der Druck an meiner Kugel vorbeigelenkt, geht auf den Piston, drückt den Piston hoch und lässt dann den Rauch, trotz dass eine Kugel in meinem Schlauchanschluss ist und andere Leute eben keinen Fremdrauch ziehen, Luft in die Bowl strömen, was eben dafür sorgt, dass trotz vier Kugeln, die in der Pfeife sind, ich trotzdem entlüften kann. Heißt, ich kann mit zwei Freunden rauchen und können trotzdem noch entlüften, ohne dass wir irgendwie hier zuhalten müssen oder so was. Man kennt das schon von der Aeon. Ich habe leider keine Aeon Premium. Ich kann das jetzt nicht vergleichen. Ich kann nur sagen, hier funktioniert es gut. Natürlich braucht man immer mehr Kraft als ohne so ein System. Ihr müsst ja erst mal dieses kleine Metallstück hochdrücken. Es geht ein bisschen schwerer. Wenn man das nicht möchte, kann man natürlich auch einfach die Kugel raushalten. Da müsste man allerdings, wenn man mit mehreren Leuten raucht, wieder zuhalten. Ich finde es aber nicht störend schwer. Es geht ein bisschen schwerer, aber eben nicht störend schwer. Ich kann das Ganze ja mal machen. Man hört ja auch mal das Geräusch und seht auch mal das Entlüften. Ich ziehe also erst und entlüfte dann einmal, damit wir auch schön Rauch sehen. Und trotz, dass eben überall Kugeln drin sind, ich kann ja einmal hier in den anderen Anschluss gehen. Ja, seht ihr, dass ich eben trotzdem entlüften kann, obwohl ich jetzt nicht irgendwie hier meinen Anschluss zuhalten muss. Ich finde das System mega, mega nice. Achso, was mir gerade noch einfällt übrigens, bei dem Durchzugseinstellen. Da sind ja hier diese kleinen Platten drin. Habt ihr ja im Aufbau gesehen. Diese kleine Platte ist da ja mit drin. Die kann man auch rausnehmen und dann wird der Durchzug noch mal ein bisschen besser. Man verliert allerdings dann die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Wollte ich aber erwähnt haben, kostet minimal Durchzug. Ich finde es trotzdem ganz nice ohne. Man darf halt nur dieses Ding nicht verlieren, falls man es irgendwann wieder benutzen möchte. Ja, ich glaube, damit haben wir die Alleinstellungsmerkmale, beziehungsweise manche Feature, davon haben wir auch andere Pfeifen, wobei ich niemanden kenne mit dem Einstellen vom Durchzug. Ja, haben wir die Feature durchgearbeitet und wir kommen mal zu den normalen Review-Punkten. Die Verarbeitung können wir relativ kurz und knapp halten. Die ist 1A. Ja, ihr habt es eben gesehen, als ich die Base zusammengeschraubt habe, beziehungsweise die Rauchseile an die Base geschraubt habe. Die Gewinde laufen sowas von 1A. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Pfeife hatte, die so gut verarbeitet war. Ich glaube, die einzige, die da noch halbwegs rankommt, ist die Stimulation, äh, nicht die Stimulation, ist die Shishaya. Die ist auch unglaublich gut verarbeitet, aber die Stimulation, krass. Also, ich habe nirgendwo Mängel gefunden, ich habe keine Kratzer, ich habe keine Luft in der Bowl, nichts dergleichen. Die Gewinde laufen hervorragend, dass so ein Schlauchanschluss, der nur reingesteckt ist, ja, da sind natürlich noch gewisse Vorkehrungen getroffen worden, aber im Grunde ist der einfach reingesteckt, hält trotzdem Bombe, ist einfach krass, ja. Und auch wie der Teller dann hier das letzte Stück nochmal reingedrückt wird, mit diesem kleinen Dichtungsring. Absolut Killer. Absolut Killer. Deswegen, Verarbeitung 1A. Ja, ich kann, es gibt keinen Punkt, wo ich irgendwas an der Verarbeitung abziehen könnte. Optik. Die Optik ist, wie gesagt, immer der Punkt, wo ich sagen muss, das ist subjektiv, die Pfeife muss euch gefallen, wenn ihr die kaufen wollt. Ich kann jetzt nur sagen, gefällt sie mir oder gefällt sie mir nicht. Und ich muss sagen, ihr wisst ja, ich stehe auf simples, aber elegantes Design und das verkörpert die Stimulation halt wie wahrscheinlich keine andere Pfeife auf dem Markt. Ich finde alles schön. Die Bowl ist super schön. Hier die Aussparung, dass man den Wasserstand sehen kann, ist einfach optisch super schön gelöst. Es ist nicht einfach nur ein Strich, der rausgefräst wurde oder weggelassen wurde bei der Bestichtung hier, sondern eben noch so eine schöne Form hat und da noch das Logo hingepackt. Das sieht einfach gut aus. Die kleinen Schlitze hier an den Schlauchanschlüssen sehen einfach nice aus. Die kleine Vertiefung am Schlauchanschluss, also am 18.8 Schliff hier, sodass der Schlauch da noch schön drin versenkt wird, sieht auch einfach gut aus. Auch der Schlauchanschluss ist super verarbeitet. Der Teller ist richtig schön dick und sieht gut aus und ist relativ simpel. Und Leute, diese Aussparung hier für das Pro X, ich habe es erst gesehen und dachte mir so, ob das so geil aussieht, aber es sieht einfach zu krass aus. Auch da muss ich irgendwie wieder den Vergleich bringen. So würde Apple eine Pfeife machen, wäre es glaube ich so diese Pfeife hier, weil es kann alles, was es können muss in einem einfachen und schönen Paket. So, das ist einfach wirklich saukrass. Das Einzige, was ich bei der Optik nicht super schön finde, was aber irgendwo sein muss, sind diese kleinen Anzeigestriche beim Schlauchanschluss, wie man eben gerade den Durchzug eingestellt hat. Wären die nicht, müsste man halt immer den Schlauchanschluss rausmachen, dann da reingucken, dann gucken, dass die zwei Löcher übereinander liegen und dann wüsste man, okay, jetzt habe ich maximal einen Durchzug. Mit den Strichen hier kann man es halt einfach direkt einstellen und man hat da gar keine Probleme erst mit und man sieht es direkt. Allerdings ist es so ein kleines Ding. Es ist nicht, dieses simple, minimalistische Design geht dadurch so ein kleines bisschen verloren, aber es ist auf jeden Fall kein Dealbreaker. Die sehen jetzt auch nicht schlecht aus. Dafür, dass sie da sind, sind sie wahrscheinlich so gut gemacht, wie man sie machen kann. Allerdings wäre es mir wahrscheinlich lieber ohne, wobei dann würde mich das, wie gesagt, vielleicht abfacken, dass ich hier mal reingucken müsste, ja, sind die Löcher jetzt übereinander, ja, sind sie okay. Deswegen muss wahrscheinlich einfach so sein, aber der Rest von der Pfeife gefällt mir super, super gut. Die weiße sieht auch extrem nice aus, die clear und die clear mit dem goldenen Streifen sehen auch geil aus, wobei ich muss halt sagen, dieses matt-schwarz, das war zu krass, das wollte ich unbedingt haben. Also Optik, auch sehr, sehr nice. Fehlt noch der letzte Punkt, das Rauchverhalten. Wie gesagt, ich habe mir hier gerade diese Zwischenlegscheibe einfach rausgenommen, sodass ich nochmal optimaleren Durchzug habe. Also nochmal einen Ticken mehr als das auf der maximalen Einstellung mit dieser Platte, weil dieses kleine Stück hier in der Mitte, es kostet halt ein kleines bisschen Durchzug. Aber wer eben noch besseren Durchzug haben will, kann es hier einfach rausnehmen. Das ist wieder genau das, was ich meine. Man kann die Pfeife halt so krass kostumisen, dass das praktisch jeden abdeckt, was er will. Also von 3D-Rauchverhalten ohne Diffusor, hier schön zu klatschen, dass wenig Durchzug ist, dann hast du fast 3D-Rauchverhalten und blubbern in der Bowl. Oder du kannst den Diffusor dran machen, haust das Ding hier komplett auf oder nimmst das Teil sogar noch mit raus, dann hast du halt einen richtig krassen Durchzug. Ist halt alles machbar. Wie gesagt, bei mir ist gerade das Ding raus, das heißt, ich habe jetzt das Maximum an Durchzug rausgeholt, was man rausholen kann. Ich nehme jetzt wie immer einmal einen kompletten Zug und dann könnt ihr es mit den anderen Pfeifen-Reviews vergleichen, wo ich das eben schon gemacht habe. Es sei nur vorher schon gesagt, Durchzug ist auf jeden Fall gut. Es ist jetzt kein Durchzug-Biest wie eine Ocean Euphoria SE oder sowas, aber der Durchzug ist mehr als genügend und ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Ja, ne, ihr seht's, guter Durchzug. Habt ihr bestimmt alle direkt gemerkt, als ich gezogen habe. Ne, aber Spaß beiseite, der Durchzug ist gut, da gibt es nichts zu meckern. Man kann ihn eben auch noch einstellen, wenn ich jetzt weniger haben wollen würde, könnte ich es einfach zudrehen, beziehungsweise bei mir gerade nicht, weil ich das Ding rausgenommen habe. Aber an den anderen könnte ich jetzt halt einfach hier ein bisschen zumachen, stecke einfach um und habe jetzt einen schlechteren Durchzug oder einen weniger krassen Durchzug. Durchzug muss man ja nicht unbedingt in sehr gut und sehr schlecht einteilen, sondern eher nur in passt mir oder passt mir nicht und dann ist halt eher die Geschmacksfrage, willst du einen krassen Durchzug oder willst du einen weniger krassen Durchzug. Aber man könnte es jetzt halt auch so einstellen, dann hört sich das Ganze so an. Und ihr seht schon, da musste ich auf jeden Fall deutlich länger ziehen, als bei meinem Anschluss, der eben jetzt aufs absolute Maximum eingestellt ist. Wie fühlt sich der Durchzug an? Für mich sehr, sehr gut. Wie fühlt sich der Anzug an? Für mich auch sehr gut. Wie gesagt, man kann den Dip-Tube ein bisschen kürzer machen, hat man tendenziell noch einen besseren Anzug, man kann ihn länger lassen, hat man einen etwas schlechteren Anzug. Wie gesagt, ich habe da jetzt nicht so einen Riesenunterschied gemerkt, aber für die Leute, denen sowas wichtig ist, das ist eben dabei, man kann das machen. Entlüften geht natürlich, wenn man die Kugel drinnen lässt, ein bisschen schwerer. Das habe ich ja eben schon gesagt. Das ist halt einfach der kleine Nachteil von diesem System. Für mich eigentlich kein Ding. Die Pfeife kam bei mir zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt. Ich rauche jetzt häufiger auch mal mit der Freundin ein Köpfchen. Sie raucht allerdings nicht so viel, sondern dann nur so, sagen wir mal, so 20, 30 Züge pro Kopf. Also lohnt es sich nicht wirklich für sie, einen Kopf alleine anzumachen. Sie dann bei meinen Einschlauchpfeifen mitrauchen zu lassen, ginge natürlich. Dann muss ich aber einmal den Schlauch abgeben. Und da ist die Stimulation halt perfekt, weil ich kann meinen Anschluss so einstellen, wie ich das eben haben möchte. Mache ihren Anschluss noch, mache ihren Schlauch an einen anderen Anschluss dran. Ich kann trotzdem entlüften, was bei mir mittlerweile einfach Gewohnheit ist. Ich nehme den Stauch in den Mund, puste kurz und dann ziehe ich. Das ist einfach drinnen. Das ist Gewohnheit. Und da ist die Stimulation halt jetzt zum perfekten Zeitpunkt gekommen. Und das funktioniert auch top. Es kommt natürlich ein bisschen Rauch dann aus dem Anschluss. Also man sollte jetzt nicht so da sitzen. Wenn dann jetzt jemand anderes pustet, hat man ein bisschen Rauch im Gesicht. Das ist ja klar. Aber wenn der Schlauch irgendwie so auf dem Tisch ist, dann stört das einfach niemanden. Ja, ihr merkt schon. Features, alle an Bord. Alle, die man haben will. Verarbeitung tipptopp. Gibt nichts, was ich bemängeln könnte. Optik gefällt mir auch sehr gut. Wie gesagt, müsst ihr halt immer selber wissen. Und Rauchverhalten ist auch sau nice. Vor allem, weil man es halt einfach komplett so einstellen kann, wie man es haben möchte. Ja. Krass, ne? Bleibt die abschließende Frage. Ist dieses Ding 370 Euro wert? Und da kann ich sagen, wenn jetzt jemand schon eine Einsteigerpfeife hatte und sich jetzt dafür entscheidet, ich will jetzt eine hochwertige High-End Shisha haben, dann kann ich sagen, wenn euch die Stimulation gefällt, ist sie das Geld wert. Allein wegen der Verarbeitung wäre sie es wert. Dann hat sie noch alle Features an Bord, die man nur an Bord haben kann. Das Rauchverhalten ist gut und vor allem anpassbar, sodass es jedem gefällt, der da mitrauchen könnte. Ihr merkt schon, ne? Also wo sollte ich Punkte abziehen? Sie ist teuer, keine Frage. Sie ist absolut High-End. Sie ist absolut Next-Level oder End-Level, was Preis angeht eigentlich, wenn man sich jetzt nicht gerade eine Meduse für 3.000 Euro kaufen will oder so. Aber sie hat dann halt auch alles, was man irgendwie brauchen kann und brauchen will und überhaupt will und deswegen ist es schon irgendwo okay. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Pfeife in die Kommentare. Finde die 370 Euro sind gerechtfertigt dafür, dass sie alle Features an Bord hat mit einem schönen Design oder zumindest für mich subjektiv einem schönen Design und einem guten Rauchverhalten. Lasst es mich wissen, würdet ihr so viel Geld für eine Pfeife ausgeben, die halt auch wirklich alles kann. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten gerne noch einen Daumen nach oben oder natürlich ein Abo da lassen, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Und in diesen sehen wir uns dann auch hoffentlich wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.